Wir sind heute hier am 13.12. auf der Straße. Als Kampagne kein Einzelfall. Wir demonstrieren gegen die Polizei und gegen rechte Umtriebe. Egal ob NSU 2.0, Racial Profiling, die AfD als zweitstärkste Kraft in Hessen. Es sind harte Zeiten für Linke gerade in Deutschland. Der Höchststand ist erreicht. Aktuell sind 674 Neonazis einfach so untergetaucht. Wenn ihr so weitermacht, nämlich gar nichts macht, sehen wir uns nächstes Jahr hier wieder, wenn wir verkünden, dass die Tausender-Marke geknackt wurde. Kein Freund, kein Helfer weit und breit, nur eine Problempolizei, der wir heute an ihrem Lieblingstag, dem 13.12. deutlich zeigen, was wir von ihnen halten. Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt sind alltäglich und finden überall statt. Doch hier im Frankfurter Bahnhofsviertel, wo wir gerade sind, ist die Gewalt so sichtbar wie an wenig anderen Orten. So wurde Armin F. vor einem Jahr eben in diesem Viertel von der Polizei erschossen. Konsequenzen gab es auch hier keine. Anstatt dieses Polizeiproblem anzuerkennen, hat die Stadtpolitik entschieden, das Bahnhofsviertel zu einer Waffenverbotszone zu machen. Diese Regelung gilt jetzt seit dem 1. November, immer von 20 bis 5 Uhr. Für uns als Corp-Watch ist klar, dass diese Verfügung nicht für mehr Sicherheit für die Menschen hier im Bahnhofsviertel sorgen wird, sondern ihr Leben noch mehr bedroht und insgesamt zu mehr Unsicherheit, insbesondere für mehrfach marginalisierte Menschen, führen wird. Verdachtsunabhängige Polizeikontrollen sind im Frankfurter Bahnhofsviertel ohnehin schon alltäglicher Ausnahmezustand. Im Hinblick auf die Waffenverbotszone werden sich rassistische Polizeikontrollen noch weiter verschlimmern und vermehren. Solche allgemeinen Waffenverbote erhöhen das Risiko für willkürliche Kontrollen und damit auch die reale Gefahr für rassistische Polizeigewalt. Noch was bringt uns heute speziell auf die Frankfurter Straßen. Vor kurzem entschied das Landgericht Frankfurt, dass es die Anklage wegen der rassistischen und antisemitischen Chatgruppe Idiotentreff unter PolizistInnen vom 1. Revier an der Frankfurter Konstablerwache. Die fatale Wirkung des Urteils zu den extrem rechten Chats in der Polizei Frankfurt sind bereits jetzt spürbar. Denn, so berichtet die Bildungsstätte Anne Frank aus ihrer Bildungsarbeit nach diesem Beschluss, Zitat, viele PolizistInnen hatten den Eindruck gewonnen, dass solche Aussagen in Ordnung sind, Zitat Ende. In Ordnung also sind Hitlerbilder, Hakenkreuze und offene Menschenverachtung, Verächtlichmachung von JüdInnen, Jüten und MuslimInnen, von homosexuellen und vergewaltigten Frauen, von Menschen mit Einschränkungen oder mit Fluchtgeschichte. Nichts ist in Ordnung, sagen wir als polizeikritisches Bündnis. Und deshalb stehen wir heute hier alle gemeinsam auf der Straße und fordern, erstes Polizeirevier in Frankfurt dicht machen. Es gibt immer noch keine unabhängige Beschwerdestelle für Betroffenen von Polizeigewalt in Hessen und keine Möglichkeit für Whistleblower, damit sie die zahllosen Missstände ihrer KameradInnen endlich anonym verraten können. Solange sich also gar nichts ändert, bleiben wir kompromisslos und bleiben wir grundsätzlich. Polizei abschaffen heißt Leben retten, gegen jeden Faschismus, mit und ohne Uniform. Polizei abschaffen heißt Leben retten, gegen jeden Faschismus, mit und ohne Uniform. re 爆 Abonnieren Back Weil manufactured